Musik Jo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hart aber herzig mit Henne und Sterzig Oh, das sind wir Ich hab leider schon geknackt, aber deins war geil Danke, ich hab's in der Nase jetzt Was? Alles gut? Ich hab mir das Ding so hart gerade reingebrettert Kopf über Ich hab tatsächlich ein bisschen was in die Nase von innen bekommen Aber weißt du, so hast du den vollen Geschmack Wir sind wieder da Die letzte Folge war sehr, sehr, vor allem zum Ende hin sehr aufbrausend, würde ich mal nennen Du kannst sie mal zusammenfassen Wir können das ja mal so machen, dass der andere fasst zusammen Ja, also im Grunde genommen waren wir ja in der ersten Folge des zweiten Runs, Staffel 2 Waren wir ja sehr zügig mit dem Progress Und deswegen haben wir uns letzte Folge ein bisschen Zeit genommen, um ein bisschen so sesshaft zu werden Wir haben ein Feld angelegt, wir haben quasi die Dorfbewohner organisiert Welche unserer Meinung nach nach unserem Wissensstand die besten waren Um die halt immer nebenbei ein bisschen zu leveln Und wir haben quasi für den Nether soweit schon ein paar Sachen vorbereitet Du hast ein bisschen Eisen gefarmt, hast generell viel gemeint Und gegen Ende wurde ein Eisengolem sehr aggressiv Weil ich aus Versehen einen Dorfbewohner zu oft geslappt habe Und was wir halt, also wir hatten mega Respekt vor der Situation Weil so wie wir Eisengolems kennen, die ballern halt die Zombies auch nochmal weg Aber tatsächlich haben halt viele in den Kommentaren geschrieben Dass wir uns einfach drei Blöcke hochbauen können und die dann totschlagen können Ich hab das Gefühl, dass das so ein Trick gegen alles in dem Game Einfach drei Blöcke hoch und gut Aber wenn du das halt nicht weißt Du probierst es ja auch nicht aus in einem Hardcore Also in unserer Position wollten wir es Ja, da kommt man gar nicht erst auf sowas Deswegen haben wir die safe Variante gemacht Wir haben ihn jetzt verbuddelt Theoretisch können wir da gleich hingehen und den kurz killen Ja, oder wir gucken, ob er noch aggro ist Ja, das ist gut Gut, was wollen wir generell die Folge machen? Wir haben ja viel Bambus, Bambus, nee, Papyrus angebaut Nee, nee, Schilf Ah, heißt das Schilf Schilf Wir haben ja sehr viel Schilf angebaut Unten am Fluss Wir könnten jetzt wirklich vielleicht schaffen Mal so ein Zaubertable da aufzubauen Und wir wollten eigentlich zum Ende der letzten Folge Ins Nether rein Das würde ich sagen, machen wir jetzt direkt am Anfang Einfach mal kurz reinschnuppern Oder? Ja, kann man machen Und schauen uns ein bisschen um Unser Ziel ist es ja im Nether eigentlich so eine Festung zu finden Aber das wollen wir ja noch nicht machen Wir schnuppern aber erstmal einmal rein Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir voll auf die Verzauberung Und auf Leveln, oder? Oder fehlt uns noch was? Ach, und eine Sache noch Hab ich in den Kommentaren gelesen Ähm, als ich zum ersten Mal in der Wüste angekommen bin Noch bevor wir das Dorf gefunden haben Hab ich so ne Ähm, wie heißt das? So ein Wüstentempel gefunden Aber ich hatte es gar nicht mehr im Kopf drin Und da sollten wir auch mal heute vorbei schnuppern Dann können wir mich auch unten in den Kisten Ich glaube, da gibt es immer vier Kisten Und da können auch so Diamanten und so ein Shit drin sein Aber es ist halt high risk Ne, 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 ne Wenn du stirbst, ich suche mir wen anders Ist fein Gut, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal rein, ne? Alles klar So, eine Stunde Three, two, one, go Abfahrt Ähm, es gab einen Kommentarschreiber unter meiner letzten Folge German Gaming LP Guter Name Hallo Hakenno Schöne Haare heute übrigens Hallo Sterzig, danke, gleichfalls Ähm, und der hat aufgelistet Welche Dorfbewohner am besten seien und warum Jo Und der hat das so detailliert runtergetextet Vielleicht hat er das auch bei einer Seite gefunden Hat aber, äh, auch mittlerweile 500 Likes Also Top-Kommentar Da scheint viel Übereinstimmung, äh, in den Meinungen zu sein Mhm Also generell meint er Bauern sind halt gut Zum, äh, E-Mareiz Also generell Thema, äh, Smaragde-Farm Mhm Bauer mega gut Scheiß Obvious, denke ich Ja Ähm, er hat da noch ein paar Tipps gemacht Wie man das so richtig durchoptimiert Dann, äh, Kartograf Mhm Dafür brauchen wir einen Kartentisch Das sind zwei Papier und vier Holzbretter Oh Lass kurz schlafen nebenbei Oh ja Also da können wir uns auch rein fixen Ist dann vielleicht eher was für nächste Folge Wir wollen das ja eh so nebenbei, äh, machen Genau, ja Und dann, äh, Bibliotheka Ähm Aber da weiß ich jetzt nicht, ob er da Also ist glaube ich so eine Mixaufzählung zu, was ist gut um E-Mareiz zu farmen und was sind generell gute Leute Einer hatte geschrieben beim Bibliothekar, dass man den gar nicht so krass dringend leveln muss, sondern Und am Schluss geistlicher So, sorry Ja, sorry, okay, aber du musst den gar nicht so krass leveln, sondern du kannst den einfach immer und immer wieder neu verwandeln, bis der irgendwie deine Lieblingsverzauberung anbietet, weil am Anfang... Man kann den Lesepult immer abbauen und wieder aufbauen und dann kriegt er wohl immer eine Neuverzauberung Ja Ich glaube, es bezieht sich dann aber nur auf die erste, weißt du, dann hat man schon mal die erste richtig, wölf Soll ich das hier mal wegmachen? Ich glaube ja Ja, aber das müssen wir jetzt auch nicht dringend machen, aber, äh, komm mal mit Wir gehen jetzt erstmal in der Wahrheit schnuppern Das haben wir tatsächlich im Zuge dieser Serie noch gar nicht gemacht Ja Wir waren noch nicht einmal, wir waren kurz davor und dann sind wir, naja Hast du Goldsachen an? Ich... Oh, 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 oh Du hast absolut recht Ich, ich nehme mich nicht Ne, sollten wir auf jeden Fall tun Genau, dann mach das mal, dann baue ich hier das Holz ab Muss ja nicht sein Ich habe hier so eine Goldhose, aber ich glaube, ich mache lieber nochmal Brauchst du auch noch welche? Ich brauche auch was, ja Okay, dann mache ich dir auch Schuhe Die Leute haben immer von Helm oder Schuhen gesprochen, aber Hose geht auch, ja, nur sicherheitshalber Ja, irgendwas Goldenes zumindest Ja, okay Okay, hier sind deine Goldschuhe Hm, mein Schatz, ne? Gerne, mein Schatz Das ist so Das ist cool Dann kommen sie mal mit Ja, sehr gern Okay, ich hoffe, wir sind in irgendeinem Ort, wo man richtig schön erstmal clean Never Warte, wollen wir da nur kurz reindippen oder auch ein bisschen schon was machen? Och, ich habe zwei Spitzsacken hier, ich kann die eine droppen Ich habe, genau, meine ist halt fast kaputt Und dann können wir auch schon mal ein bisschen leveln, wenn du Bock hast Genau, das ist halt auch richtig nice Habe ich letzte Folge erklärt, Leute Ja Schaut auf jeden Fall vorbei Ich wiederhole mich ungern, bin ich ehrlich Jo Max, zeig doch nochmal nach oben Infotech Hashtag Apropos Hashtag Hashtag Herzig auf Twitter So, kommen sie rein Können sie ausgucken Ja, ja, ja Und rein damit Ich bin gespannt, in welchem Es gibt jetzt auch verschiedene Nether-Biome Das war, wo jetzt gerade, wo wir neu angefangen haben Oh Oh, wir sind in so einem Wald Oh, scheiße, das ist nicht gut Das ist echt nicht gut Weil, das ist schon so ein Biom, glaube ich, kann man es so nennen Wir sind so Teufelsbäume Und hier kann es die Schweine geben, die Oh, ja Scheiße Okay, wollen wir dann erstmal zurück und mit Diabuchung wiederkommen Oder wollen wir das tryen? Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal zurück Weil, ich sehe hier jetzt auch kein Quicksil, weil man muss aus diesem Biom, glaube ich, erstmal raus Äh Quarz Quarz What the fuck Aber, okay, gut, dann sollten wir auf jeden Fall erst zurück, wenn wir ein bisschen crazier sind Aber wir haben schon ein Diamantschwert, das ist schon mal gut, aber Ja Reicht noch lange nicht Aber ich glaube, Diamantrüstung wäre schon Also Ja, wäre schon nice Wir sollten vielleicht wirklich erstmal auf die Glücksschwitzsacke gehen Ja, so ne Sachen Okay, aber dann wissen wir schon mal, wo wir da Ja Äh, wo wir da sind Der Server läuft doch durch, oder? Ja, aber irgendwie wohl nicht, wenn Also, die Sachen wachsen ja nicht Achso, weil niemand in Renderreichweite ist Wo genau der war Von wo kamen wir denn ursprünglich, weißt du das? Äh, wir kamen von hier Meine, meine Richtung Ja? Ja, quasi Ja, von hier über die Berge kamen wir Safe Ah, ja, ja, okay Wenn wir jetzt einfach nur geradeaus laufen, dann ist da der Tempel Okay Wenn wir jetzt eigentlich nur über den Berg Jetzt zieh mal lieber wieder deine normalen Stiefel an, oder? Hast du ein bisschen mehr Rüstung So, der müsste jetzt eigentlich hier direkt geradeaus sein Links oder rechts, oder? Ich guck mal links Hier ist schon vorbei, ne? Ja, ja Hier ist wieder so Lava aus dem Berg Oh, lol Ja, ich guck mich hier nochmal genauer kurz um Ich glaub, hier war jetzt nichts Nee, hier ist nichts, hier ist nur so ein Akazienöl Wie sieht denn er aus? Also worauf muss ich achten? Es sieht ähnlich, äh, von außen ähnlich aus wie so ein Turm halt von einer Oh, okay Also, ja Unterscheidet sich jetzt nicht riesig Es hat halt so zwei Türme und ist halt so eine kleine Pyramide Äh, ich glaub, ich hab's, ja Okay, dann komm ich Ja, ich komm zu dir Deine Ferne müssen hier runter Alter, hier geht's richtig schnell runter Pass auf Oh, man Oh, man, oh, man So So, geil Da können nämlich auch richtig geile Sachen drin sein Was zum Beispiel? Weißt du das? Auch so Diamanten Aus dem Kopf Gold Smaragde Mhm Okay, ich, ich zeig dir das mal Also, es ist so ein, ähm, Schacht nach unten Quasi durch den Boden Und, ähm, in der Mitte ist eine Druckplatte Und zwar Ach, hier noch nicht, genau Komm hermit Hier unten rein Und hier siehst du das Kreuz auf dem Boden Und dieses, äh, 3x3 Feld hier In der Mitte Da ist unter dem Blauen quasi Mhm Deshalb unter dem Blauen quasi ist Wenn du jetzt hier runter guckst Da geht's richtig tief runter Deshalb graben wir uns quasi hier jetzt so ein Alter So runter Okay Und in der Mitte ist eine Druckplatte Und die Druckplatte aktiviert das TNT da drunter Aber da gehen wir ja Hast du Fackeln zufällig? Äh, ja Okay Okay Aber wir versuchen das jetzt mal Cool zu machen Oh ja, ich seh's Wir können einfach von oben die Truhen ausbuddeln Wir müssen da gar nicht in die Mitte Ich hab die Druckplatte weggemacht Ja, aber Riski ist trotzdem Also, wir haben einen goldenen Apfel Das ist geil Wir haben, äh, kochen Verzaubertes Buch mit Glück 1 Uh Und nochmal Glück 1 Das heißt, wir haben jetzt eine Spitze Und einen Sattel Und eine Iron-Rüstung Geil, 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 geil Danke an den Kommentarschreiber Ehre, Ehre Ja Das hätt ich jetzt wirklich vergessen Das sind so Nebenräume, ne Wenn ich hier noch Oder? Ne Also, wir könnten jetzt halt das TNT hier unterfarmen Aber ich glaub, das sollten wir lieber lassen Nein Also, das brauchen wir halt nicht Ich geh jetzt hier direkt wieder hoch So Ich glaub, in den Nebenräumen ist soweit nichts Aber wir haben jetzt noch so drei Ne, da waren doch keine, das sah nur so aus Drei Emeralds bekommen Und zweimal Fortune 1 Buch Das heißt, wir können jetzt Uns eine Spitzhacke schon craften Und einmal Ja, perfekt zum Meinen gehen jetzt, oder? Ja Ja, dann haben wir beide eine richtig gute Also, was heißt richtig gute? Aber ich schon ganz ordentlich Ich würd halt eine machen mit Lück 2 Dann kriegen wir mehr Ach, kann man das kombinieren? Ja Du kannst quasi zwei Bücher, soweit ich weiß Auf eine machen Auf eine Spitzhacke Und dann addiert sich das dann Aber du kannst nur zweimal das Zwei die Richtung hier, ne? Ja Ja, da ging's so schnell runter Geil Ja, dann machen wir jetzt so eine Eisenspitzhacke Mit Lück 2, I guess Dann werden Diamonds gefarmt Dabei können wir dann auch ein bisschen Dabei können wir dann auch ein bisschen Leveln Genau Weil wir natürlich auch viel Zeug treffen werden Und ja, generell meinen Bringt ja auch Level Also warum wir jetzt ja nicht im Nether geblieben sind, Leute Da laufen so Kleine, so eine Art Wildschweine Nur halt im Nether rum Und die sind immer aggro Und die machen richtig viel Damage Und wir haben Eisenrüstung Und ich will's tatsächlich nicht austesten Ich muss ehrlich sagen Ich fand, die haben jetzt nicht so übertrieben krassen Damage gemacht Aber es kann natürlich schnell zu kritischen Situationen dann kommen Ja, aber hatten wir nicht da schon, äh Da hatten wir schon Diamondrüstung Ja, wir haben ja schon auf unserem privaten Server ein bisschen gezockt Ja Und da haben wir uns ein bisschen mal im Nether umgeguckt Weil wir beide wussten gar nicht über dieses neue Nether-Update Bescheid Und da dachten wir uns Vielleicht ist es smart, mal vorher einfach mal ein bisschen zu schnuppern Und so die Grenzen auszutesten Und da haben wir vieles schnell bemerkt Was wir nicht machen sollten Aber, ähm, ja Ja, war aber eine gute Erfahrung War interessant, war interessant, ja Okay Dann würde ich sagen, wir machen Ach, wir haben ja schon so ein Schmiededing, ne? So ein Hammer Ja So ein Amboss, genau Das war's Ja Dann mach ich jetzt mal kurz eine Eisenspitzhacke mit Glück Ich sortier mir mal kurz Kram in den Ruhr und so Okay, wie ging das? Ähm Zack Zack Ich hab übrigens noch 27 Oh, Alter Das Scherlack Gut Ich hab die Glückspitzhacke Miau So Ich hab 27 Bücher Geil Wir haben auch zwei Sättel jetzt, ne? Die können wir auf Pferde Hatten wir nicht Pferde hier in der Gegend oder war das auf unserer anderen Web? Nee, das war, glaub ich Ja Ja, weil wir könnten uns halt Pferde holen und damit die Welt erkunden quasi Das geht halt übel schnell Aber wir meinen jetzt stetsig oder nicht? Ja, ja, ich mach nur kurz noch ein paar Kissen hier Also, glaubst du das? Ja, das hörte ich nicht von dir Ja, eine, genau, das wär nochmal nice Das ganze, einfach nur Müll abladen Ja, ja Scheiß auf Ordnung, ne? Okay, äh, ich nehm noch nen Wassereimer mit Jo Das macht ja auch guter Call Ich war hier nur Irgendwelchen heißlichen Dorf Es wird auch gerade wieder Nacht Aber kann uns ja, oder? Ja, wir können ja vorher schlafen Ja, okay Da wie ich da liege mit meiner Spitzhacke Hä, du brauchst dich nicht mal hinlegen Ach nee, es wurde gerade dunkel Ja, nee, das wird erst so dunkel, aber es changt erst, wenn ich auch im Bett liege So, Prost, ne? Stoßen wir an? Prost, ja So'n Ding Geh jetzt, ne? Ja, hab ich doch gerade Ui, ist aber auch lecker Ich geh jetzt runter Wie viele, wie viele Spitzhacken hast du denn? Äh, zwei Eine Ja, dann mach dir doch noch eine hier Ich mach dir noch eine mit, ja? Ja, danke Besser ist das Besser? So Ist das Ach ja, wir hatten hier ja schon Wir waren ja schon Jo, wir haben schon ordentlich Okay, wir teilen uns ja eh auf, oder? Und währenddessen Können wir ein bisschen über Gott und die Welt schnacken Wo bist du denn? Ja, oder Ich bin nach rechts abgebogen Ich weiß gar nicht mehr, wo die Diamanten waren Ach so Das ist scheiße, Digga Ja, werden wir schon irgendwie finden Hä, hatte ich hier nicht einen Gang? Ja, ja, hier bin ich lang, glaub ich Ja, ja Gut, dann werd ich jetzt hier lang Oh, ich hab schon wieder einen Zombie Ey, Mann Jo, Dito Also ich kann auch nochmal ein bisschen was zitieren Aus den Kommentaren Wenn du es nebenbei schaffst, sagst du es ja gerne Ja, ja, ich brauch nur links klicken Dann scroll ich mal hoch, weil es Also, ne, nochmal Ähm Oh Gott German Gaming LP, ja? Mhm Also, bester Dorfbewohner zum Emeralds fahren Sind Beste Dorfbewohner, Plural Also der Bauer Dafür brauchen wir den Komposter, haben wir Wir haben ja auch einen Bauer Jeder Bauer kauft Kauft eins der vier Sachen Rote Beete, Weizen, Kartoffeln Oder Karotte So Oh mein Gott Was ist passiert? Herzinfarkt Alles gut? Alter Ich hab nur dich panisch auf die Tastatur hacken hören Ich hab übrigens die Diamanten gefunden Oh mein Gott Alles gut? Ja Ich hab gerade runter geguckt und gelesen Und auf einmal Stehe ich in Lava Oh Junge, das wär jetzt so bitter gewesen Alter Aber gut, dass nichts passiert ist, Mensch Okay, ich bin auf eine Höhle gestoßen Ziemlich große Ich hatte doch schon so eine große Höhle entdeckt, ne? Wenn man dann links geht Crazy Ja, kann sein Ja Ja, ich Ich glaube Ich lese das jetzt einmal vor Aber ich werde derweil noch nicht weitermachen Also, wir haben ja einen, der Kauft Weizen Ich glaube, das ist das Beste, würde ich behaupten Weizen und die Stöcker halt, ne? Bei der andere da Genau, weil Weizen kann man halt so massenhaft anbauen Jo Stöcker gibt's halt auch Es sind irgendwie gefühlt am ertragreichsten, glaube ich auch Gut, könnte ich mich auch irren Aber gefühlt ist das eine gute Sache Genau Ich wollte nicht weitermachen Gut, ich mach nicht weiter Am besten sind vier verschiedene Bauern, die jeweils eine der vier Sachen kaufen Ja gut, so da Das ist zu viel Time Invest, glaube ich, für uns Zweimal pro Tag werden die gesperrten Käufe wieder freigegeben Stimmt, das ist mir aufgefallen Immer wenn ich richtig massenhaft verkaufen wollte Kam halt ein Bauer und hat hier gesagt Jo, ist jetzt erstmal gesperrt Okay, das ist zum Beispiel schon mal gut zu wissen Ja Dass das zweimal am Tag resettet wird Dann, am besten zäunt ihr eure Beta ein Ansonsten können die Bauern eure Beta an Na gut, die Bauern haben wir ja eh eingesperrt Beziehungsweise der eine Ach, deswegen ist es wahrscheinlich gut, viele Bauern zu haben Weil dann kann man alles traden, weil irgendwann gesperrt wird Achso, ja, das kann sein Ja, müssen wir mal gucken Wenn wir merken, wir haben zu wenig Emraels Können wir das ja immer noch machen Wenn ihr den Bauern auf die höchste Stufe bringt Dann könnt ihr goldene Karotten bei ihm kaufen Die stellen am meisten Hunger wieder her und sind besser als Steaks Was? Goldene Karotten? Goldene Karotten, Digga? Damn! Hat nur goldener Apfel Lecker Wenn ihr Sachen verkauft und kauft, levelt ihr ihr Dorfbewohner Ja, ist klar Und umso weiter unten die Käufe sind Wenn man die ja hochlevelt, kriegt man eine neue Kaufoption Ja, genau, desto besser Ähm, desto besser, desto mehr Erfahrung So, Kartograf Da brauchen wir einen Kartentisch Ne, zwei Papier, vier Holzbretter, habe ich vorhin gesagt Am Anfang können wir Du farmst schon weiter, ne? Ja, ich bin richtig dabei Ich liefer, äh, interessanten Input Am Anfang könnt ihr Papier an ihm verkaufen Und ihn zu Stufe 2 bekommen Okay Danach kauft er Glasscheiben Die kann man ganz einfach herstellen Stimmt Ja, einfach Sand schmelzen Das ist die schnellste Methode, um an viele Emra zu kommen Interessant Glasscheiben? Ja, der Typ Wahrscheinlich Und ich meine, wir sitzen in der Wüste Ja, ich wollte gerade sagen, also Und wenn wir einfach so ein Haus machen Außerdem levelt ihr beim Schmelzen im Ofen auch eure Erfahrungen Ihr seid in der Wüste und habt da ja auch keine Probleme an Sand zu kommen Hm Alter, wenn wir richtig Sand ballern Ja, Alter, sandig Dann lass uns so ein richtiges Schmelzhaus machen Achso Alles vollpacken Und hier ist übrigens dann Er schreibt drittens Aber es bezieht sich nicht mehr auf Welche sind die, welche sind die besten Dorfbewohner, um ins Markt zu farm Er schreibt drittens Um an die besten Enchantments zu kommen Hä? Braucht ihr den Bibliothekar Ähm, gut, haben wir, ja Wichtigsten Enchantments Fortune 3 Unbreaking 3 Mending Das ist eine Legende, ey Ja, okay Das haben wir auch schon alles tatsächlich privat herausgefunden Mh Ähm Bababab Scheiße Okay, ist richtig viel, aber Ich habe leider keinen Wasserämer gemacht Geistlicher Habe ich eben nur angerissen Dafür brauchen wir diesen Braustand Den hatten wir sogar bei uns auf Privat auf dem Server Äh, Sterzing Ja, und den stellt man auch nur her Man kann es erst erst herstellen, wenn du in so einer Festung warst Dafür brauchst du so ein Blazerrod Genau Und drei Cobblestone Ja, schreibt der hier auch Bei ihm könnt ihr eure Zombi Äh, bei ihm könnt ihr euer Zombiefleisch in Smaragdor umwandeln Was? Und bei ihm könnt ihr auf den letzten beiden Stufen Enderperlen und Erfahrungsfläschchen kaufen Holy Shit Das ist richtig worth Also, German Gaming LP Absolut eine Legende Dein Name ist ein fettes Meme, Digga Bin ich ehrlich? So, quasi Bei dem Namen stelle ich mir jemanden vor, wie ich gerade aussehe So, ja Ähm Aber Fantastisches Kommentar Vielen lieben Dank So Auch wirklich Können wir, wollen wir applaudieren? Oder wir stoßen mal auf ihn an hier Ja Ja, also auch wirklich Auf dich Ja, nee, auf German Gaming LP Nicht auf mich Ja, ja, ich hab gerade in die Kamera geguckt Ich meine die German, ne? Auf dich Auf dich Ähm Wirklich auch nur die wichtigen Infos, die relevant sind für uns Rauskristallisiert und ordentlich in die Kommentarspalte gedonnert Nice Du brauchst ja auch Eisen Ja, generell so Eisen und Kohle glaube ich brauchen wir eh noch ein bisschen Ja, vor allem Kohle habe ich das Gefühl Wobei Eisen, ja, beides Können wir immer hier brauchen, ne? Ich hab eben die drei Diamanten abgebaut, aber leider nicht mehr rausbekommen Da war ich ziemlich unlucky Oh, ja, ja Das ist natürlich scheiße gelaufen, ne? Wie geil, dass da unten in dieser scheiß Festung einfach Fortune Books waren Krass, oder? Ja Das war ziemlich lakko Mensch Lakko, schmakko, sag ich mal Hat das jetzt übrigens geklappt, dass es Stufe 2 wurde? Ja Ist jetzt Stufe 2, die ich bin zu Auf dem Amboss, ne? Jo Okay, cool Aber ich finde, hast du schon was? Anja, hast du die ganze Zeit vorgelesen Ja, ich fang jetzt quasi an Ich hab jetzt aber hier ein bisschen Redstone Und Kohle Scheiße Ich höre aber auch recht viel Viehzeug Ich glaube, hier kann es gleich knallen Alter, Kohle bringt aber jetzt so auf Level 16, was ich bin Auch richtig gute Erfahrungen Kohle ist eigentlich echt ganz nice Ist nicht schlecht Weil es ist immer übertrieben viel und Äh, bringt ganz gut EP, I guess Okay, so, jetzt ist hier irgendwie eine Unterwasserhöhle Wie gehe ich das denn an? Ich bin auch schon jetzt schon durch zwei Höhlen durch Aber ich finde halt nur Redstone Sonst nichts Boah, hier geht es richtig weit hoch Wie wäre es, wenn ich jetzt in fünf Sekunden Diamanten kriege? Fünf Vier Drei Zwei Eins Pass auf, jetzt hier links in der Wand sind Diamanten Okay Schade Hätte das sein können, wäre ein gutes Mühle gewesen Ja, hätte sein können, wäre cool gewesen Highlight, absolutes Wochenhighlight wäre das für mich gewesen Muss ich sagen Ja Leute, ich sag's euch Ich sag's euch Hier ist auch Obsidian ganz viel Bringt das eigentlich EP, wenn man es abbaut? Nee, 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 bringt gar nichts Bringt gar nichts, ist Müll, Schmutz Ist Müll, Schmuddelmutz Okay, ich glaube Hier sind meine kleinen Zombie-Freunde gleich Boah, Alter Was los? Kennst du hier diese Höhlengeräusche, die ab und zu kommen? Ja, ja, ja Das war gerade richtig auf meinem rechten Ohr Hammer Richtig auf meinem rechten Ohr Hatte das genossen, Freunde Das werde ich euch richtig schön übersteuert laut machen Mach mal nicht, Bruder Ist dir schon mal aufgefallen, dass richtig viele so YouTube auf dem Fernseher immer gucken? Das muss richtig unangenehm sein, wenn man dann so ein Video von mir guckt, oder? Wenn ich so richtig laut am Schreien bin Boah, Alter Oh, scheiße, Bruder Alles gut? Ich sah So Ich kam, ich sah, ich siegte Ja, ich wurde gerade Hops genommen von einem Zombie Oh Ich wurde überrascht, aber wo kann ich denn? Ja, Staffel 3, ne? Oh, Creeper Gut, dass das kein Creeper war Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich wirklich Oh, der hat goldene Schuhe Was ist denn mit ihm los? Okay, hier ist Sag mal, wie hieß das nochmal in die eine Hand, äh, Fackel? In die linke Hand Ja Oben in das Feld, wo immer das Schild reinkommt Kannst du die einfach reindroppen Hä, ich hab gerade irgendeine Taste gedrückt Und jetzt habe ich da Fackeln drin Ist doch geil Crazy Ich glaube F Tatsächlich Ja Alter, hier ist ja eine richtig unnötige Höhle, ey Ich finde nichts Ey Ich weißte, in der ersten Folge finden wir einfach alle Diamanten Des Orbits Das stimmt Alter, also Hier ist gut was los Ich sag, wie es ist Gut was los hier Aha Oh leil Ich will doch nur die, das Das ist ein Skelett Komplett in Goldrüstung Oh Ein Skelett in Goldrüstung? Ach ja, stimmt, das geht ja Ab ihn Oh, schade Ich dachte schon Ähm, Lapis Lazuli habe ich Aber ist auch nicht schlecht Mitnehmen, mitnehmen, gibt EP, gibt Lapis Äh, ja Doch, habe ich abgebaut Also hier sind enge, äh, Höhlen Oh, Kohle Ich habe das erste Mal Kohle heute gefunden Obst du mich überraschierst, hier kein Creeper, ey Das wäre eben Also wäre das ein Creeper gewesen Wala Hart Hm, das wäre behaart Hm, ne? Verstehe Ist ja wundern Oh, oh Lepis Lazuli Lepis Lazuli Lepis Lazuli Lepis Lazuli Es ist, klingt ja echt Mann, ich will doch nur nochmal Diamanten finden Es soll einfach nicht sein, Jungs Also die, manchmal fauchen die einem so in die Ohrmuschel Mhmm Ma-Scha-La Ma-Scha-Long Das ist nochmal Eisen Ist nichts 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 Naja Welches Level bist du? 19, weil ich eben, äh Wieso habe ich eigentlich kein Schild? Ein bisschen Risky, oder? Ja, ich habe auch kein Schild Ich habe auch kein Schild Aber du hast eigentlich recht, das ist irgendwie dumm. Weil wenn man jetzt hier auf engen Raum, Creeper, man kann nicht mehr dodgen. Eigentlich echt ein bisschen unnötig, was wir hier machen. Und später ärgern wir uns, wa? Später ärgern wir uns, weil ich es dann sogar noch gesagt habe, weißt du wie ich meine? Aber wir machen trotzdem weiter. Alter, Long Range. Haben wir eigentlich noch jetzt genug so Leder? Weiß ich gar nicht mehr. Tanz mit dem Skelett. Okay. Ich will auch nur Diamanten. Kranke Höhle. Kranke. Krank. Hast du denn schon was interessantes gefunden? Äh, Lapislazuli und Redstone. Ansonsten Eisen und Kohle, aber davon auch ordentlich. Also, das geht voran hier. Ja, das muss auch sein, Leute. Muss sein. Ne, vor allem EP-wise ist schon in Ordnung, aber ja, wir suchen natürlich Diamanten. Und wie gesagt nicht abbauen, ne? Dann komm ich vorbei, hack das weg. Ich hab jetzt schon 80 Diamant abgebaut. 80? Nett. Nett. Damit lässt sich doch etwas anfangen. So, was ist hier? Hey, okay. Ich glaube, ist das Diamant? Ne, ich glaub nicht. Okay, da unten ist ein Creeper. Da geht's auch deeper. Oh, Mann. Du hast ja die besten Sprüche drauf. Soll ich rüberschalten oder wie? Okay. Es könnte sein, dass es jetzt eine Rüberschaltung gleich ganz cool wäre. Ja, da ist ein Creeper. Ja, sag Bescheid. Dann schalte ich rüber. Eine Rüberschaltung. Ja, könnte sein, dass eine Rüberschaltung... Okay, ja. Rüberschaltung... Okay, ich schalte rüber. Ne, war schon. Komm, schalte zurück. Ich schalte zurück. Ja, die ganze Zeit richtig nervig im Editing. Ich hasse mich jetzt schon, ey, wirklich. Richtig. Richtig. Also Sky, falls ihr noch Werbepartner sucht, wir machen noch Minecraft-Konferenz-LPs. Minecraft-Konferenz-LPs. Auch ein geiler Name. Die besten auf YouTube. Minecraft-Gaming-Konferenz-LP. So seh ich aus. Mann, ich will nur einen Diamant finden, dann will ich wieder nach oben und meinen Papyrus... Du schon wieder. Bambus. Speck. Du weißt, was ich meine. Mhm. Ich sag mal so, wenn meine Spitzhacke alles, geh ich erstmal nach oben, dann wird das ganze Eisen eingeschweißt, dann mach ich ein Schild. Eingeschweißt. Und dann eventuell... Geh ich die Dorfbewohner-Thematik eventuell an? Also das Ding ist, da oben wächst das Feld halt nicht, wenn da nie einer ist, ne, von uns. Ja, doch. Wir sind ja die ganze Zeit in dem Chunk oder in der Nähe. Ja? Deshalb lädt das die ganze Zeit. Ja, ja. Okay, okay, okay. Wie groß ist denn so ein Schunk? Ich weiß es gar nicht genau. Aber relativ groß, so irgendwie... Warum lachst du? Findest du das Wort Schunk witzig? Gar nicht. Nein, aber ich glaube wir... Eventuell kommt es gerade wieder wie so zwei Ränder rüber. Was ist denn ein Schunk? Was ist denn ein Schunk? Du, was ist denn so ein Schunk, von dem immer alle reden? Wie groß ist so ein Schunk? Schunk? Ich kenn nur den Schunk in der Kneipe. Oh ja. Oh, aber den kenn ich gut. Also... Ich guck mal, wie viel Kohle ich inzwischen hab. Alter! Äh... Ja. 150. 150? Ja. Das nenn ich mal ein Schunk. Das ist ein dicker Chunk, oder? Verstehst du denn? Chunk Kohle? Das Stack war gestern. Schade ist heute. Ist hier Lapis, ey. Ich hab mich schon gefreut, ey. Lapis verpiss dich. Es sah so aus wie... Mann... 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 Also... Welches Level bist du inzwischen? 20. Ich bin 21. Hab ich dich krass überlevelt. Aber meine Spitzhack ist jetzt kaputt. Gut. Dann geh ich jetzt wieder hoch. Aber hier war... Also ja, kein Diamond, aber sonst sehr ergiebig tatsächlich. Ja. Wir brauchen auch noch was. Also ich glaub, das war es jetzt auch mit unserem... Äh... Scheiße. Mit unserem... Scheiße. Ja, meine Spitzhack ist in dem Moment voll kaputt gegangen. Was soll ich denn sagen? Ist ja auch egal. Ich komm jetzt nach oben. Guck mal, wie unser Zuckerrohr gewachsen. Ja, egal. Äh... Bambus. Bambus. Äh... Papyrus. Ja, Roggen. Mischbrot. Roggen, Weizen... Mischbrot. Mischbrot. Ist schon oben? Ne, ich seh aber deinen Namen, glaub ich. Ne. Du bist immer weit weg, Digga. Ja. Ja, ich bin unterwegs. Ich muss sagen, das Ding drückt einem so hart die Stirn zu. Wie ist es bei dir? Och... Fühlt sich natürlich an. Ehh... 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 Folgt auch gern rein, Freunde. Ich sag, wie es ist. Folgen macht... Hat keine Folgen, wenn du weißt, was ich meine. Wo... Wo denn Folgen? Ja, hier. Reinfolgen. Wegen meiner Cap, you know? Bestehste? Ehh... 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 Alles gut? Ja, stimmt. Du hast ja, du hast ja im Boot gehauen, habe ich gesehen, ne? Ja ja, und dann ist die Situation ja so eskaliert. Eskalated. Ich hatte lange kein PvP mehr, ey. Hier drüben brennts. Alter, hier, die ganzen Skelette. Wann sterben die Boys denn hier? Ja, das freu ich mich auch manchmal. Hier ist ein Händler mit zwei Lamas. Glaub ich. Ja, die sind nice. Ja, die haben ab und zu nice Angebote. Oh, was sagt Bucket of Tropical Fish? Pumpkin Seeds? Horn-Koralle-Block? Pumpkin Seeds? Das heißt, sie haben wie irgendeine Droge. Kann ich den jetzt nicht einfach einsperren? Ich glaube schon. Sperre ihn einfach mal ein. Wir können mal Experiment starten. Schreib mal in die Kommentare, was es mit dem Händler auf sich hat. Was kann der so? Ich weiß es nämlich gerade gar nicht. Ich glaube tatsächlich, der hat einfach nur ein paar Angebote. Was die Lamas für Geräusche machen. Die kann ich auch anspucken. Wenn du die haust, dann spucken die dich vielleicht sogar an. Gut, ich habe jetzt irgendwie nicht das geeignete Gerät, um ihn einzusperren, bin ich early. So! Ah! Hier ist ein Enderman, genau an der Base. Wollen wir den mal machen? Hat er sich wegteleportiert? Ah, okay, da hinten ist er. Junge ey, plötzlich ist jetzt ein Skelett im Wasser. Wo bist denn du? Bei unserem Papyrus. Ich übernehme das mal. Aber nicht, dass der sich dann zu dich portet. Nee, oder? Macht der nicht, oder? Wie? Wenn der Enderman in der Akko geht? Nein, wenn der auf dich Akko ist, dann du kommst, was ich mache. Okay. Klatsch den jetzt, Digga. Okay, wir haben sehr, sehr viel Papyrus. Kriegt ihr keinen Damage durch Sonne? Nee, ne? Aber durch Regen. Der Boy hasst Regen. Wo ist er denn jetzt? Ey, guck mal einen Eimer weg, ne? Ja, die sind echt, ne? Die stehen so schon, da hab ich recht. Ne? Nee. Wollen wir nach dem Golem mal schauen? Ja, auch gleich. Okay, ich mach kurz ein bisschen Papyr, und dann Bücher, und dann schauen wir mal, wie viele wir insgesamt schon haben. Wo ist der Typ hin? Hä, der ist einfach reingehauen, ohne Witz. Ah, schön. Dahin sind Höhlen, okay. Na gut, dann ist er weg. Hier, wo ist unser Leder? Äh, hier, 18 Leder haben wir. Hier, ähm... Woanders noch Leder? Nee, das war's noch. Hm. 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 Gut, wir können insgesamt 18 Bücher machen. 18 Bücher? Ich hab ja 27 in die Tour getan. Bücher? Ach so, Bücher. Ja. 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 27 Bücher in die Tour getan. In die Tour getan? Ja. Ah, hier. Alter, crazy. Ja, dann können wir jetzt, äh... Ich würde das Haus dann schon mal ausbauen, oder? Und dann platzieren wir da den Table. Ja, gerne. Büdi. Dann mach ich das kurz. Ich bestell hier grad nochmal das Feld. Haben wir diesen Tisch schon gebaut? Nee, ne? Den Kartogra... Was für Tisch? Den Zaubertisch? Nee, haben wir noch nicht. Okay. Dann baue ich den kurz. Hier, Leute. Hm. Ich kenn alles auswendig. Will nicht flexen, aber manchmal muss es sein. Will nicht flexen. So, ich geh zum Golem. Will nicht flexen. Guck mir das mal an. Manchmal, Leute, ist einfach da. Es tut so unnormal weh, Alter. Kann man sowas tragen mit Headset? Vor allem über schöne 48 Stunden Streamen dann. Alter. Meine Rübe platzt, so. Es war auch einfach zu eng. Okay. Wollen wir ihn verbuddeln? Wo ist sein Grab? Lebendig begraben. Lebendig begraben. Hier. Freilich, ob er immer noch Agro ist. Was meinst du? Ähm. Ich glaube nicht, weil ich hab mich ja aus- und eingeloggt. Ich würde ihn einfach sicherheitshalber killen. Ich weiß nicht. Der guckt mich schon an. Ich weiß nicht, was der für eine Range hat, Digga. Das wäre jetzt so unfortunate, wenn du sterben würdest. Ich schwöre dir, ein Hit verkrafte ich. Der kommt da ja nicht raus. Okay. Dann schalte ich mal kurz zu dir. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Der droppt ja bestimmt auch schön. Okay. Der hält aber echt aus. Okay. Done. Hat er was gedroppt? Ja. Er war immer noch drin, ne? Ja. Eisen. Fettiges Eisen gedroppt. Der war da noch drin. Aha. Und... Ja. Das war's. Wo ist... EP nicht wirklich, glaub ich. Wo ist denn unsere... Unser Bibliothekar-Haus, wo die ganzen Bücherregale drin waren? Die hab ich ja abgebaut. Das sind die 27 Bücher. Ah. Okay, okay. Dann baue ich jetzt... Da, wo die unten in ihrer Grube sind. Oder... Naja, noch ein Raum dran. Irgendwie so. Marit entspannt. Ich würd's auf unser Haus bauen, Digga. Ich wollt's halt... Also ich wollt's halt auch einfach nur bei uns haben, weißt du? Jo. Okay, dann baue ich das jetzt auf unser Haus. Okay, so. Ich mach jetzt mal weiter, was ich letztes Mal eigentlich angefangen hab. Nämlich die Typen hier mit dem Boot. Wie die da sitzen, ey. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Okay, erstmal mach ich mir eine Spitzhacke. Mich fuck das so... Entschuldigung. Mich nervt es, dass ich die ganze Zeit keine Spitzhacke hab. So, hier ist auch Eisen durchgebrannt. Sehr gut. So, warte mal. Haben wir den hier. Zack. Okay. Wir brauchen übrigens jetzt noch mehr Holz dann, ne? Für noch mehr Regale. Ach du schon wieder. Also irgendwann ist auch mal gut. Ach du, ich sag ja nur wie es ist. Alter, wie du runtergeklatscht bist. Fast gestorben. Ja, schade. Ja, schade. Wir sehen uns dann bald in Staffel 3. Warte mal, kann man die auch brennen? Was genau? Ne, Beeren? Ne. Wir brauchen Holz. Haben wir Holz? Die bringen ja nur einen halben Hunger. Soll ich mal auf die Uhr gucken? Ja, kannst du einfach machen. Noch 22 Minuten. Holz hab ich dabei. Ich shop dir das. Geil. Ne, doch nicht. Ist in irgendeiner Truhe. 50 Steak an. Sonst kannst du ja außen noch abbauen. Ja, dann geh ich glaube ich kurz abbauen. Ich hab zwar nicht viel, aber hier stehen ja so ein paar geile Akazien rum, ne? Geile Akazien. Boah, ist das eine geile Akazie, Digga. Ah, ich könnte ja hoch. Oh Gott, das war knapp. Äh. Hm. Gib mal her hier. Okay. Gib mir dein Holz. Hä? 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 So, wie war'n das? Der... Geil. Wie du eigentlich einen Golem weggemacht hast, Digga. Ich würde die... Ja, danke. Ich würde die... Die einfach da generell... Die Bauern hier... Ja, ich glaube einen muss ich umbringen, oder? Wie gehen die denn da raus? Du musst das Boot schlagen. Ach ja, true. Ich will erstmal die Leute umbringen. Wie gehen die aus dem Boot raus? Ich hab' ich den einmal gehauen und der rennt um sein Leben. Mein Gott. Mein Gott. Ein Hieb mit einem Diamantschwert in dein Ass. Was soll ich sagen? Ja, also man kann's doch ein bisschen übertreiben, finde ich. So. Wie willst du Fleischwunde wie bei... Wie war ist das Spiel, was wir neulich gespielt haben? Äh... Das Fechtschwert, äh... Ach. Hellish Quad. Richtige Fleischwunde im Gesicht. Boah, jetzt lauf doch nicht weg. Alter Jo, da haben wir so gehacktes gemacht. So, guck mal her. Zack. Scheiße. So. Ich baue jetzt die restlichen. Ich glaube wir haben nämlich genug für... Ähm... Für Level 30 Verzauberung sogar. Schon. Und wenn, dann stellen wir einfach kurz auf peaceful. Ich hab's geschafft. Easy. Schön. Einbauer ist in der Grube. Nice. So. So. Ha. Ha. Also du bist schon wieder aufgeklatscht. Äh. Du bist schon wieder aufgeklatscht. Äh. Du bist schon wieder aufgeklatscht. So. Ähm. Dann... Würde ich sagen... Hier ist noch ein Bauer. Genau. Das ist der andere. Der ist sogar eigentlich wichtiger. Guck mal her, Junge. Sieben davon. Zack. Zack. Eins. Zwei. Wird nochmal gerudert. So. Hier draußen rennt noch ein Bibliothekar rum. Nee. Oh. Wir haben hier einen Kartografer. Draußen rumrennen. Alter. Einsacken. Mitnehmen. Jaja. Ich bin hier grad schon am Rudern. Eintüten. Mitnehmen. Oh. Ich hab zwei Bücher getroppt. Oh Gott. So. Ah. Ich hab ihn noch. Wollen wir das mal ausprobieren? Mit dem Glas schmelzen. Wie viel EP das bringt? Äh. Gerne. Was will er denn? Alter. Er belästigt mich. Alles gut? Ich muss hier irgendwie durchkommen. Scheiße. Lass mich in Ruhe. Nein. Oh. Gut. Gut. High Speed. Digga. Okay. Dann werde ich jetzt. Was wollte ich machen? Was wollte ich grad machen? Äh. Ja. Ich wollte mal ein bisschen. Sand farmen. Mal gucken wie viel Level das bringt. Nehmen wir mal so ein Stack. Wie viel es bringt ein Stack. Sand zu. Nein. Zu braten. Schletzig. Ich brauch deine Hilfe. Die wollen fliehen. Du schaffst das schon. Ich glaub an dich. Ich glaub nicht. Wir müssen auch gleich wieder schlafen nochmal schnell. Zack. Zack. Alles gut? Ja klar. Ja klar. Warum? Okay. Ich hab jetzt ein Stack. Easy. Sand abgebaut. Ich bin mal gespannt wie viel EP das bringt. wenn man ein Stack dann rausnimmt. Okay. Wollen wir schlafen schnell? Jaja. Schnell. Schnell. Henno. Meine Nerven. Ich hab ihn einfach sein ganzes Beet kaputt gemacht. Weil ich da mit meinem Auto durch. Ey. Was macht der hier? Komm mal mit. Hä? Ist der rausgeklebt? Er hat ne Fackel in der Hand oder? Ah ne. Da kann man Karotten verkaufen. Das ist ganz nice. Aber hier haben wir schon einen Deck. So. Ich trinke noch einen. Oh. Hoppala. Ahaha. Oh. Ich find so langsam Geschmack an der Sorte. So. In der Backe. Oh. Wie komm ich denn hier vernünftig raus? Was wollt ich denn jetzt machen? Achso. Okay. Es fehlt tatsächlich witzigerweise noch ein einziges Buch. Echt? Jo. Uns fehlt ein Buch. Äh. Für. Deshalb werd ich jetzt mal kurz rumgehen und vielleicht um ne Kuh suchen. Mal schauen. Hier ist ein Pferd. Das werd ich mir sichern. Ach was bringt das? Boy. Hm? Was soll das bringen? Was soll das bringen? Ist doch wahr. Zack. Pass mal auf. Wir bräuchten halt auch wirklich dann mal. Äh. Wie so Karotten oder Kartoffeln. Das wär echt nice. Also wenn man das mal irgendwo kaufen könnten. Wär das schon ganz gut. Jut. Ich mein. Wir können jetzt auch weiter nach. Achso wie Flo. War's eigentlich? Äh. Wir hatten noch 22 Minuten. Als ich irgendwo bin. Okay. Also wir haben uns noch locker so. 12. 13. Okay. Jut. Juti. Ähm. Ja. Ich guck grad noch ein bisschen mit dem Feld. Oh yeah. Was denn? Oh yeah. Jo Max. Ja. Es geht Digga. Ich brauch jetzt mal. Ich brauch jetzt mal dein Rad. Wie nenn ich's? Henning. Henning. Geil. Haben wir nicht sogar nen Name Tag? Warte mal. Das ist jetzt. Ich weiß. Das ist jetzt nicht Tryhard Modus. Aber wir brauchen ein Pferd namens Henning. Für Fanart. Für Fanart. Was? Haben wir nicht schon nen Name Tag hier rumfliegen? Oh. 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 Ich fahr mal. Aha. Mhm. Ah. Okay. Die Bären sollten wir aufbewahren, um die hier Demir zu traden. Aha. Aha. Mhm. Okay. Ja. Ja. Gut. Also ich werd jetzt die Folge noch ein bisschen gucken, dass ich das, dass sich die Villager alle einfangen. Oh. Warte mal. Weil wenn wir das dann haben, dann haben wir's auch hinter uns. Weißt du? Dann haben wir's. So. Dann sind die da alle in ner Grube. Und fertig. Geil. Ich hab hier noch so ne Structure gefunden mit nem Nether Portal. Again. Was? Okay. Oh. Aber willst du ne... Hm? Okay. Das ist leider nur ne Golden... So ne... So ne... Wie nennt man das? So ne Hacke. Die hat aber Glück 3 einfach. Ich weiß zwar nicht, was das bringt. Ne Hacke? Jaja. Ich weiß nicht, was das bringt, aber... Also so für Felder und so. Jaja. Naja. Wenn du damit dann vielleicht was abbaust... Scheiß mal in die Kommentare. Man kann ja... Man kann ja mit jedem Werkzeug irgendwie Sachen abbauen. Weißt du, wie ich mein? Ja. Ja, theoretisch. Nein. Oh, wenn das die Spitzhacke gewesen wär, ey. Schade. Einfach ne Glück 3 Spitzhacke. For free. Für lau. Die stapeln sich hier bald. Ich bin ehrlich. Alter, das ist so schön hier. Wo ich tapeln. Aber ich such... Hier sind überall... Alle Mobs, die man sich vorstellen kann. Ich züchte. Aber nicht ein... Soll ich nochmal auf die Uhr gucken? Ja, von mir aus. Okay, noch für ne Viertelstunde. Ja, easy. Als ob hier keine Kühe mehr sind, man. Okay. Wo ist der Kartograf hin? Der war hier irgendwo. Kartograf. Ist der hier oben? Ja, warum sind die keine Kühe? Ich bin verwirrt. Ach, hier sind welche. Schön. Hallo. Ich bin euer Untergang. Zack. Muuu. Brauchen die eigentlich Betten? Nicht zwingend, oder? Doch, oder? Ja. Ich glaub schon. Also wenn die erstmal da sind, weil die haben da in der Grube nicht jeder ein Bett, das mein ich. Weiß ich gar nicht so genau. Ich glaub nicht. Das ist echt ne gute Frage. Ey, aber wo ist denn... Wo ist der Dude hin? Vielleicht gestorben? Hier ist er. Okay, nice. Ich hab jetzt auch nochmal Leder gefunden, das heißt... Wie a Gucci. Alter, es ist so schön hier. Hier ist so ein richtiger Blumenwald. Also wirklich, jeder Block ist mit ner Blume zu. Es ist wunderschön. Ich bleib hier. Hau rein. So, sein Haus muss weichen. Hier sind noch mehr Kühe. Die nehm ich jetzt auch einfach nochmal vorsichtshalber mit. Steig in das scheiß Boot! Bitte. Nein! Nein! Wer ist denn auch aus so... Steig in das Boot! Zack! Nein! Nein! Steig ins Boot! Nein! Steig ins Boot! Steig ins Boot, Bruder? Ich werd sauer. Nein! Geh ins Boot! Geh ins Boot! Geh doch! Nice! Nice! Sehr gut! Er sitzt drin. So, wo ist mein Pferd? Henning! Boah. Komm her hier. Nice. Willkommen, Henning, in der Familie. Nein, er sitzt eine Stufe zu tief. Geht nicht. So. Ist halt wirklich pointless eigentlich, Kühe zu farmen. Also, die zu halten. Weil hier, sie laufen halt überall Kühe rum. Kann man alle richtig schön abschlachten und essen. Ja, meinte ich ja. Meinte ich, meinte ich, meinte ich. Mein Reden! Ja, ich bin mit dem Boot durch eine Wand gefahren und ihn hat es übel gesmackt. Naja. Naja. Kollateralschaden, ne? So, aber dann haben wir jetzt auch schon einen Kartografen, Sam. Mega nice. Nice. Ich habe Henning mitgebracht. Auch gut. Wir brauchen ein Haus für Henning. Ich glaube, ich nehme das hier. Dumme, wir turnen langsam ein bisschen, ne? Merkst du? Am Anfang noch so, scheiß auf. Das Ding ist, uns macht es halt wirklich Spaß. Und ich glaube, da wird es dann problematisch. Sobald es Spaß macht, ist over. Henning, du musst jetzt hier in dem Haus klarkommen, ja? Wir brauchen dich als Fortbewegungsmittel, Henning. So, Henning. Fühl dich wohl hier. Auf bald. Ich schläge gerade den Teich an. Ich schläge gerade den Teich an. Der ist schon so 48 Stunden wach. Ja, ich schläge gerade den Teich an. Alter, was ist hier passiert? Ich habe einen Teich angelegt. Okay. Schön. So, jetzt fließt er ab. Okay, ich habe jetzt nochmal 12 davon. Alter, hier passieren Dinge. Merkst du es? Ja, ja, ja. Hast du mal die Grube gesehen? Hast du mal die Menge an Dorfmonern gesehen? So, hier ist dein Kacktisch. So. Wo ist hier Kartografer? Du, ne? Ne, Fletcher. Okay. Nice. Wir haben Level 30 Verzauberung. Warte mal. Hier sind die Preise erhöht. Warum? Warum hat er die Preise erhöht? Vielleicht fühlt er sich nicht wohl hier. Alter, wie viele hier sind? Bitte, mach uns raus. Warum erhöhen die Preise? Braucht ihr Betten? Leute, warum haben die die Preise erhöht? Schreibt es in die Kommentare, bitte. Ich meine, ich kann den Betten bauen. Das ist kein Ding. Soll ich das mal machen? Ich bin mir unsicher. Ja, bau einfach den ganzen Boden voll mit Betten. Vielleicht fanden sie sich da noch einfach aufgehoben, ne? So, ich lasse ja auch mal Hack durchbraten. Ha, ha, ha. Ja, dann mache ich das. Komm. Ha, ha, ha. Maul. Mit dem? Ha, ha. Die Sauns. Die Sauns, ey. So, ich habe immer eine Treppe hochgebracht. Ja, ich habe eine Treppe. So, hier ist ein Bett. So, ich habe hier so ein Treppe hochgebracht. Alter, vor allem, wir kommen hier in das Dorf und... Also mittlerweile ist es auch wieder komplett. Das ist einfach unser Dorf jetzt. Die Situation ist vorbei. So, ja. Scheiße. Was habe ich hier? Was ist das? Lied. Mhm. Ich habe den Lied. Liebe ist... Okay, ja. Oh, drittes Bett. Was machen wir denn... Was machen wir denn jetzt noch so in den... Also eigentlich brauchen wir jetzt... Oh, hier ist Henning. ...Diamanten und Level, ne? Hast du mir ein richtig schönes Haus gebaut. Danke dir. Wie unästhetisch. Auch mit so einem Kackstein. Was ist das hier eigentlich für ein Becken unterm Portal? Weiß ich nicht. Okay. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Henning, ich stehe dir drin, ey. Oh la la. So. Dann mache ich das jetzt hier wieder so ein bisschen schön. Weil ich hasse das, wenn ihr Kackstein überall ist. Mach bitte die Treppe aus Sandstein. Also, das ist so das Mindeste. So ein Minimum muss sein, finde ich. Es geht los. Ja, ganz ehrlich. Alles gut bei dir. Ey, das ist ja auch... Das hat ja auch mit Optik zu tun. Die Leute sollen ja hier nicht wegtriggern, wenn die uns zugucken. Okay, wenn man... Allein meine ganzen Spuren für die Bootsfahrten, würde ich die alle stehen lassen, Bruder. Wenn man 64 Glas brennt und das rausnimmt, kriegt man richtig wenig Level Null. Das ist richtig not worth. Naja, ist ja nur ein Side-Effekt. Vor allem geht es ja darum, dass man den Typen levelt. Ja, ist ja gut. Was soll das denn? Ja, was... Wollen wir schlafen? Nö. Wollen wir schlafen? Okay. Dann werde ich jetzt hier... Also wir haben jetzt erstens Verzauberung freigeschaltet. Level Drysic. Okay. Drysic. Das heißt, wir müssen jetzt leveln ohne Ende. Ja, gerne. Ganz viel leveln. Und das müssten wir eigentlich zeittechnisch im Nether tun. Ja, gerne. Mathematisch gesehen. Also nächstes Mal dann. Ja, gerne. Gut. Aber dann müssen wir halt echt vorsichtig sein wegen den Viechern, I guess. Und halt Goldsachen tragen. So, Urux wurde erweitert. Ich mache jetzt meinen Mauer-Durchbruch gleich. Jo, Urux wurde erweitert. Wieso Urux? Weißt du denn? Soll ich oben ein Glas hinbauen, damit man von oben reingucken kann? Nee, nee. Das wird alles eingemeuert. Die kriegen kein Sonnenlicht. So, wollen wir schlafen endlich mal? Jo. Wer bist du denn, Junge? Ab ins Boot. Alter, wer ist das? So. Wie er reingesch... Den fahr ich jetzt erst mal in die Kack-Urube. Urux. Urux. Alter, ist das so räudig. Willkommen. Mauer-Durchbruch. Oh, der will Papier haben für Emeralds. Das ist auch geil. Ja, das ist doch der Kartograph. Ja. Oh, scheiße. Was? 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 Nein. Nein. Mach eine Mauer. Mach die. Okay. Alles gut. Die haben Panik. Die haben Panik. Die haben Panik. Die haben Panik. Geh raus. Geh raus. Geh raus. Und verteidige das Loch. Verteidige die Grube. Okay. Okay. Ich dachte, wir wollten schlafen jetzt hier. Ja, okay. Dann lass doch jetzt schnell schlafen. Ey, jetzt geh ich raus und... Schlafen, los, schnell. Komm ins Bettchen. Ja, ist ja gut. Puh. Prost. Schreibt es in die Kommentare. Oh, hörst du es? Was ist denn hier? Ja, ich müsste zubauen. Oh, wer bist du denn? Oh, okay. Oh, okay. Alle tot. Alles gut. Wir haben es unter Kontrolle. Wir haben es unter Kontrolle. Das ist das Wichtigste. Warum bin ich vergiftet? Ja, der vergiftet deinen Hunger. Irgendwie. Der vergiftet. Oh, oh. Kannst du dir mal die Fresse halten? Oh, oh. Kannst du die Fresse halten? Sie plündern unser Lager. Sie plündern unser Lager. Okay, nice. Mach ich jetzt hier eine Deckel oder wie ist das? Ich hab einen Creeper besiegt. Echt, Digga. Was wollt ihr denn von mir? Verkiss euch. Geht. Jetzt kriegt ihr mal ein bisschen Sonnenlicht. Aber wer ist denn der schon wieder? Der Bré? Ja. Der Bré. Was lasst du denn? Sorry. Sorry. Ich bin jetzt echt nicht für Späße zu haben gerade. Ich bin echt zu... Na, dann nicht. So. Also Grube wird jetzt fertiggestellt. Dann hat sich auch der Bums hier. Geil, dann würde ich glaube ich jetzt hier nochmal ein wenig... Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit wir haben. Ich glaube nicht mehr so krass wie hier jetzt. Aber ich würde jetzt hier nochmal ein bisschen Papyrus, ne? Papyrus? Anbauen. Anbauen? Ja, sehr gerne. Ich habe leider keinen Dirt dabei. Das ist natürlich doof. Oh, der schmiedet hier. Der ist natürlich fleißig. Ohne Fleiß, kein Mais. Kein Scheiß, dick. Achso. Zack. So. Scheiße. Guck mal, ich habe nur hier Sandtreppen. Sag doch was. Ja, dann mach das doch. Ich bin gerade dabei. Lass mich in Ruhe. Na gut. Hä, die sind auf dem Kopf. Ja gut, dann bleib das jetzt so. Kannst du. Hä? Hä, guck dir das mal an, wo bist du? Ich bin unten so im Wasser. Achso. Ja, so die Treppe steht jetzt. Kannst du auch mal sagen, was du auch von hältst. Ist bestimmt sehr schick geworden. Ist? Ja. Der Händler denkt sich auch nur, was ist das für ein Dorf? Was geht hier ab? Wie willst du die Hillbillies wieder? So, wir bauen hier unten unsere Kollegen an. Unsere Grube. Er will einfach nur ein bisschen Getreide handeln. Guck dir die Treppe an. Alter, ist ja schick. Ja, Mann. Die ist auf dem Kopf. Die hat Charakter. Ja, ich weiß nicht, was. Hä? Achso. Ah, okay. Jetzt. Jetzt ist schick. Okay. So, ich würde jetzt mit dem Bräder unten ein bisschen traden. Ja, ja. Wo ist denn unser Kartograf von denen? Das ist der mit Mononockel. Monockel. Ich sage immer Mononockel. 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 Monockel. Ah, hier. Der will Papier. Gar nicht mal so viel. Hä? Hm. So, er ist auf Level 2 jetzt. Geil. Was war nochmal, wenn der High Level ist? Weiß ich gar nicht. Achso, ich glaube, es geht echt nur darum. Nick, kannst du jetzt nicht irgendwas mit Glas machen? Jetzt können wir ihm einfach elf Glasscheiben geben. Das ist halt nichts. Für Smaragd. Wie kommst du hier immer wieder hoch? Auf die Sachen da klettern und dann, gell. Oh, jawohl. Parcours. Alter, ich zeig dir das mal. Ich zeig dir das mal. Vertraust du mir oder was? Klar. Vertraust du mir? Ich vertraue dir. Schön, Digger. Bro. Bro. Ich vertraue dir. Bro. Alter, das ist so Profit. Profit pur, wirklich. Alter. Profit. Er ist jetzt schon Level 3. Ja, und man kriegt halt übel viel Smaragd, ne? Ja. Ja. oh lord, ich hatte gerade einen Deezing. Wallah. Woodland Explorer Map. Einen Kompass für ein Smaragd. Ja, ich würde einfach richtig wieder Emeralds begrüßen bei ihm. Geil. Das werde ich auf jeden Fall nächste Folge da machen. Ich glaube, gleich piept es ja auch bei mir. Ich habe jetzt mal raufgeklickt nochmal. Weniger als eine Minute. Also komm gerne wieder rein. Okay. Ja. Okay, Dach ist auch pünftig fertig geworden. Jo, 18 Smaragds. Aua. Ich höre es so links, rechts neben mir. Klack. Knacken. Geil. Den werden wir richtig ausnehmen, den Typen. Generell, die ganzen Jungs hier. War der alter Fackel an den Rand. Beinah, ne? Aber ich glaube, die haben es da schön, oder? Achso, ich wollte ja noch die Betten. Ja, es läuft jetzt gleich vorbei, aber ja. Oh, ihr habt ja eure Betten. Hä? Geht nicht. Piep, 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 piep. Aus. Oh, okay. Ja, aber du bist in der Grube. Immerhin bist du bei dir. Disconnect. Disconnect. Ja. Okay. Ja. Kleine Zusammenfassung. Lader kein Diamond gefunden, aber mit den Dorfbewohnern viel Progress gemacht, viel Erkenntnis gesammelt. Jo, vor allem jetzt der Kartograf ist Key. Genau. Für alle, die es nicht verstanden haben, was wir, also nochmal, um das große Ganz abzubilden. Genau. Wir wollen Smaragde-Farm, indem wir den Sachen handeln, dann kriegen wir sehr viel Smaragde, das auf der einen Seite, um die dann, die grünen Jungs, um die dann einzusetzen, alles auf schwarz, um richtig geile Gegenstände von anderen Villagern zu bekommen, die, wenn man sie gelevelt hat, das anbieten. Bestes Beispiel, der Bibliothekar bietet richtig geile Verzauberungen schon auf Level 1 an, aber die sind mega teuer, die kosten irgendwie 26 Smaragde und ein Buch. Ja, Mann. Und ich habe jetzt allein von dem irgendwie gerade über 20 gekriegt, nur für ein paar Glasscheiben. Und wir sind in der Wüste. Mein Kopf exploded. Also, das werden wir auf jeden Fall nächste Woche ordentlich abusen. Wir haben jetzt auch einen geilen Verzauberungstisch und wir brauchen noch Diamanten. Also, wir haben noch einiges zu tun, Freunde. Aber das seht ihr in der nächsten Folge bei Beharrt am Arsch. Beharrt am Arsch mit Henne und Sterzig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schaltet nächste Woche Mittwoch wieder ein bei Max und wir sehen uns. Tschüss. 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 Tschüss.